servus zu einer neuen folge von minecraft aber nicht ganz ich begrüße euch jetzt hier zu meinen kleinen silvester special einfach einer kleinen talker unter wo wir wo ich erzählen was ich nicht erst geplant habe auf meinem kanal was erwarten wird was ich bisher gemacht habe was ich verbessern möchte einfach nur so ganz kurz und bündig kurz und knapp wie es weitergeht auf einem kanal soll es dann 16 so weiter gehen damit mehr videos kommen im besten zwei videos pro tag mit zwei zwei projekte minecraft plus ein zweites welches muss ich mir noch überlegen dann auf jeden fall damit die videos pünktliche kommen jetzt so wie die letzten paar tage immer so chaotisch so mal so das will ich auf jeden fall verbessern damit die videos pünktlich immer so vier uhr oder zwischen drei uhr und fünf uhr kommen je nachdem ich von schule heimkommen dann natürlich nur ein bis mit seinem projekt damit ist dann wieder alle zwei tage kommt oder auch täglich 20 noch nicht kommt immer darauf an wie ich zeit heute aufnehmen und wie es auch mit dem hochladen funktioniert kann man die internetverbindung natürlich nicht die allerbeste ist ja das was erwartet ich habe vor nächster wieder auf die gamescom zu gehen vielleicht auch mit kamera damit man auch nicht mehr sieht mal schauen und da dann auf jeden fall auch ein bisschen danach darüber reden was ich auf der gamescom gesehen habe was mir gefallen hat was vielleicht euch hier warten oder auch nicht mal schauen und vielleicht auch mit ein paar aufnahmen von der gamescom das war es glaube ich bis jetzt was ich geplant habe zu koop sonst hier in dieser welt soll es natürlich auch weiter gehen mit dem häuschen bauen und fertig weiterspielen macht auch spaß und das wäre dann mein 31 schiss video jetzt hat heute hier ich wollte es eigentlich noch an silvester ausbringen aber ich habe ihn verdattelt damit ich schon wieder aufnehmen das muss ich auf jeden fall verbessern das hat bei mir noch nicht so richtig in die planung und es kommt dieses video leider gottes erst am ersten januar ich werde es nicht mehr schaffen für den ersten januar eine minecraft folge aufzunehmen somit wird er sich nach dem zweiten januar verschieben also noch täglich immer ein video ich werde es dann auch versuchen sehr viel fort zu produzieren da ich in meiner schule jetzt dann bis ende januar sehr viele schulaufgaben schreiben werde wahrscheinlich weniger dazu kommen werde die videos zu produzieren das muss ich schauen muss ich schauen ob ich das gut hinbekommen verdammt relativ lange nach session machen ja und was ich auch nicht im fall nächstes auch einmal probieren möchte ist switch ich möchte mal probieren ob es mit meiner schlechten Meldleitung funktioniert zu streamen was ich dann streame weiß ich noch nicht wann weiß ich auch nicht das wird wahrscheinlich dann mal am wochenende so samstag oder was passieren muss ich mal schauen werde ich dann so kurz hier und auch kurz mal auf die auf twitter auf twitch nicht auf twitter und auf bald auf nerd oder auf google plus bekannt geben wann ich streamen werde wie es aussieht muss ich schauen wie es funktioniert und ja jetzt bin ich schon einen monat seit einem monat mache ich jetzt schon videos hier oder stelle die videos hier online hab schon ein bisschen was verbessert nach ein paar tipps und ja macht sehr viel spaß und ich werde es auf jeden fall noch weiter machen auch nächstes jahr noch und darüber hinaus wahrscheinlich auch noch spielen spielen ist einfach schön naja ja und so neigt sich schon dass er das hat dem ende zu ging sehr schnell um die zeit verflog auf stehen wir hier oben schauen uns ein bisschen die welt an ist ja relativ schön hier ja ja ich schweif gerade irgendwie aus das 10 minuten am stück reden kann ich aber noch nicht so wirklich ich ist auch wieder so spontan auf nahe hab mir jetzt nichts rausgesucht wofür ich viel reden könnte ich könnte jetzt mit dem wetter anfangen ein super wetter für silveste auf jeden fall es regnet wunderschön aber ist glaube ich auch langweilig dann oder zumindest bei mir regnet es ich weiß nicht wie es bei euch ist auf jeden fall bei mir regnet es schon den ganzen tag und es wird auch schnell noch weiterreden bis ins neue jahr hinein naja nein jetzt heute erstmal ins neue jahr feiern mit dem ort gemeinsam anstoßen auf das neue jahr und dann schauen vielleicht kann man vorsätzlich sich aufstellen wenn ich vorsätzlich hab mal schauen ihr werdet es auf jeden fall sehen dann wenn die vorsätze sich bewahrheiten lassen ja das war es dann glaube ich auch schon das war es ich wünsche euch einen guten wutsch ins neue jahr naja wenn das video draußen ist kann ich ehrlich sagen gutes neues also ein gutes neues und viel glück für euch für eure vorsätze für das jahr 2016 was ihr euch vorne damit alles hinhaut damit wir gemeinsam hier etwas richtig cooles aufbauen können in dem jahr 2016 und in den jahren darauf damit sich das hier noch wie viel 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 mehr entwickelt mal schauen vielleicht kriege ich auch die welt einmal zu stellen zu einem kleinen surfer wo ich dann mit freunden zusammen hier weiter bauen kann mal schauen das muss ich nächste auch noch probieren den pc will ich noch ein bisschen hochtacken muss ich auch noch machen nächstes jahr also steht noch vieles an für das nächste jahr was anspielen kommt weiß ich noch nicht was ich alles spielen werde der division vorne sind es nur zwei so titel wo mich interessieren würden wo ich auch gerne streamen würde let's play würde eher gesagt oder auch ältere spiele ich muss mal bei mir am pc schauen was ich so noch finde ich habe da schon ein paar in die aussicht mal schauen ich hoffe vielleicht dann ich hoffe ja damit nächstes Jahr dann die internetverbindung einen ticken schneller ist damit ich auch längere videos euch anbieten kann nicht immer nur 10 minuten videos aber das ist einfach jetzt mit dem hochladen die effektivste variante damit ich die pünktlich hochkriege oder auch für täglich dann die videos so ein 20 minuten wieder dauert einfach bei mir schon mal einen halben Tag das ist etwas bescheiden bei mir naja dann wünsche ich euch ein gutes neues Jahr a good's nice wie ihr bei uns sagt man wird sich sicherlich sehen hören sprechen schreiben wie auch immer im Jahr 2016 ich wünsche euch allen uns allen viel glück dafür ich drücke uns die daumen und dann servus dass man sieht sich im Jahr 2016 mit vielen neuen Zahlen hoffentlich und irgendwie wie ich jetzt nicht bin ja gut aber jetzt einfach so es wird jetzt hier auch schon Nacht und ich sag einfach servus in das Jahr 2016 ciao dass dann die die schwer haben ver dancing und die l